Zum Nachdenken für Herrenreiter Nichts, wenn man es überlegt, kann dazu verlocken, in einem Wettrennen der Erste sein zu wollen. Der Ruhm, als der beste Reiter eines Landes anerkannt zu werden, freut beim Losgehen des Orchesters zu stark, als daß ich am Morgen danach die Reue verhindern ließe. Der Neid der Gegner, listiger, ziemlich einflussreicher Leute, muß uns in dem engen Spalier schmerzen, daß wir nun durchreiten nach jener Ebene, die bald vor uns leer war, bis auf einige überrundete Reiter, die klein gegen den Rand des Horizonts anritten. Viele unserer Freunde eilen, den Gewinn zu beheben, und nur über die Schultern weg schreien sie von den entlegenen Schaltern ihr Hurra zu uns. Die besten Freunde aber haben gar nicht auf unser Pferd gesetzt, da sie fürchteten, käme es zum Verluste, müßten sie uns böse sein. Nun aber, da unser Pferd das Erste war und sie nichts gewonnen haben, drehen sie sich um, wenn wir vorüberkommen und schauen lieber die Tribünen entlang. Die Konkurrenten rückwärts, fest im Sattel, suchen das Unglück zu überblicken, daß sie getroffen hat, und das Unrecht, daß ihnen irgendwie zugefügt wird. Sie nehmen ein frisches Aussehen an, als müsse ein neues Rennen anfangen, und ein ernsthaftes Nach-diesem-Kinderspiel. Vielen Damen scheint der Sieger lächerlich, weil er sich aufbläht und doch nicht weiß, was anzufangen, mit dem ewigen Händeschütteln salutieren, sich niederbeugen und in die Ferne grüßen, während die Besiegten den Mund geschlossen haben und die Hälse ihrer meistwierenden Pferde leicht hinklopfen. Endlich fängt es gar aus dem trüb gewordenen Himmel zu regnen an.